Beginner Guide für Freelance Skates. Beide Freelance Skates müssen parallel sein. Die müssen zu euch zeigen. Ich fahre links rum, das heißt mit dem linken Fuß zuerst für die Nähe Richtung fahren, mit dem rechten Fuß in die Richtung. Ich gebe dem erstmal ein Gefühl, dem Fuß ein Gefühl, wie fühlen sich die an. Also auf die Platte gehen und so ein bisschen mal rumschwenken. Da hat man schon ein bisschen Gefühl für den Freelance Skate. Das ist die normale Position von Freelance Skates, um zu fahren. Dieser Freelance Skate klappt hoch, wenn du mit dem rechten Fuß draufsteigst. Dass ich nach vorne das kippe, als Stütze und dann hat man den rechten Fuß als Stütze. Und der Lenkfuß fährt. So wie ein normaler Schritt ist. Rechter Fuß, dass der umkippt, Fußspitze auf dem Boden, dass man Halt hat. Rechter Fuß auf den Freelance Skate und der rechter Fuß klappt nach oben. Dann hat man schon einen guten Start.